Die Unterscheidung, die wir beim Zugang der Kündigung treffen müssen, ist unter Anwesenden oder unter Abwesenden. Anwesend ist die gemeinsame körperliche Präsenz, meistens in einem Raum, kann auch auf der Straße sein oder auf dem Hof. Die gemeinsame körperliche Präsenz, das ist anwesend. Und abwesend bedeutet, der eine ist hier, der andere ist woanders. Das ist abwesend. Wie geht die Kündigung zu unter Anwesenden? Durch Überreichung des Schriftstücks. Ich überreiche das Schriftstück. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.